Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei GTA Online mit dem McManus, dem Sachsen-Datsplayer, der heute Geburtstag hat, dem FreezyOne und der BCR-Crew, dem Pat und dem Leon und mir, dem Hitchock. Hallo, irgendwann, was weiß ich in wie vielen Worten, habe ich gebootst, aber es ist so egal, da hast du trotzdem gebootst. Und bei mir reicht es, wenn du Freezy sagst, nicht FreezyOne. Wir haben übrigens eine Spieleliste mit elf Rennen insgesamt, wenn ihr die ersten drei Rennen sehen wollt, dann einfach mal vorgestern das Video schauen, da seht ihr auch, wie die ganzen Puppen zustande gekommen sind und so weiter und ja, na, jetzt geht es hier weiter am Grand Prix. Boah, 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 was macht ihr da? Sneaky-Bee-Ky-Likes, 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 Sneaky-Bee-Ky-Bee-Ky-Likes. Hallo, hallo, hallo. Alter, wieso ist das so schnell mit einem scheiß Mombet? Oh, lol. Geht's schon? Bist ja, da ist übelst gefettet, ey. Wieso fass denn? Ich bin an der Wand langgefahren. Loll. Renny, du Spass die, ey. Renny? Voll geil. Oh, ne Mist, ey. So, jetzt nehme ich den Thorben, seinen Windschatten, ihr müsst euch doch ficken. Nein, 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 nein. Vor die Wand geklatscht, ey. Oh, mein Kopf. Oha. Mann, den Kopf. Weg da, ihr Duschen. Brot, brot, brot. Brot, brot. Brot, brot. Brot, brot. Wer ist denn eigentlich da vorne? Wer ist der Erster? Ich. Nein. Wollte ich mir da mal zwischlaufen? Ja. Nö. Ja, doch. Komm, lass mal vor, wo ist, wie sie hier ist. Zammeln da rum. Hey, Josh. Ja, gib mir doch nicht den Weg hier. Hey, du fährst mit so'n Legas D, Digga, ey. Junge, du bist auch einer, der packt auf dem hinteren Zammeln. Ja. Oh Leute, der Turm war auf den Kopf gesprungen, ey. Ja, super, das war's. Ich mein's von dir. Der Manus war so klar, der Pop, ey. Der Tote. Das ist halt Bisse, ey. Oh Leute, ich hab's gesehen. Was? Krass, Alter, was war das denn? Ich bin genau auf seinen Kopf und dann bin ich wieder hochgeflogen. Loll, sah episch aus auf jeden Fall. War mal irgendwie noch auf den sechsten gefangen. Wuuuuh, Hedja. Da wurde hingehört. Ich ziehe. Hedja, hör auf, hier rumzudrängeln, ey. Hast du ne Meise? Äh, ich bin auf Platz 1, da kann ich drängeln, was ich will. Ja, du warst nicht auf Platz 1, du sparst, wenn du weiter so machst, ey. Guck, jetzt kommt nämlich der Sachse und wir hier mitmachen. Wuuuuh. Wuuuuh. Wie sie. War das jetzt Runde 3 von 4, ne? Ja. Wir sind jetzt Runde 3. Äh, okay, okay, okay. Kein Problem. Wuuuuh. 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 Ja, hast gedacht, der Sachse dreck mich raus, ne? Ja, hab mir schlecht gedacht. Wuuuuh. 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 Wuuuh. 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 Was denn, hast du deine Hose geguckt? Wuuuh. Ich bin eine halbe Linie in die falsche Richtung gefahren. Ne, du hast den Checkpoint vergessen. Ja, ja, mein ich ja. Ja. Weißt, was du jetzt machen, Granny? Wir boosten uns jetzt weg. Von Hitcher. Wenn du doch so ist. Bist du noch hinter mir? Los, komm, mach. Ja, noch ist Gewinnschatten jetzt. Na, geschehn geil in der Kurve. Mach nix. Ich bin wieder hinter dir. Pack deinen Winnschatten. Links, genau. Was der so scheiße langsam ist, der Wahnsinn. Oh. Wuuuh. 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 Oh, oh. Ah, schon wieder die Schwippen in mir, Alter. Das wäre wahnsinnig. Boah, der kriegt aber, Leon kriegt aber auch unsere Freizeite, ey. Das ist... Wichter, gehen rum. Ey, wo kommt Pat denn her? Ey, warte, warte? Ey, wo kommt ihr alle her? Das ist die ganze Zeit, äh... Oh, geil. Leute? Ja? Gibt nur einen. King. Im Ring. Und das ist... Manus! Wenn du dich schon boostest, dann ruhig. Idiot. Damit nochmal. Hab ich jetzt Randy noch überholt oder nicht? Nein. Nicht? Nein. Moment. Frizi, du fährst jetzt erst die letzte Runde? Ja. Schwere Strecke. Wow. Ja, die Strecke hat's in sich. Da sind schon viele drangescheitert, Frizi. Ist nicht schlimm. Ich war bei Erster. Dann falle ich auf so einen Kopf, Alter, von so einem Hitchler oder... Freddy, ich hab dich überholt. Ja, äh... Frizi, wenn du das jetzt in die Richtung holen, dann hast du einfach dein Chatpoint verpasst. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Ich dachte nur, Manus, ich muss ihn kriegen. Und dann denke ich mir, was steht denn da oben in der Mitte? Ja, ich kann mir schon vorstellen, so... Ah, hier, guck mal, schon wieder der Fickifinger. Ich kann mir schon vorstellen, was Frizi so gedacht hat. So, falsche Richtung. Ach, das stimmt bestimmt nicht. Guck mal, was der Leon gerade gewettet hat, ey. Man muss sich einmal setzen, ne? Kriegt man Geld hier. Was? Ich war ja gar nicht letzter. Ich war ja auf Vorlesen da. Ja, klar. Immer auf Manus sitzen. Ja, klar. Das ist lustig, ey. Ich musste mich einmal zurücksetzen und ich bin einmal falsch gefahren und bin trotzdem noch zweiter geworden. Der nächste Aufnahme-Season macht hier der Putt nicht mehr mit. Warum? Warum? Jetzt hat er mich vor Platz 2 gedrängt. Ja, aber das war ja... Das ist ein Grund, ne? Also... Wir haben weggesperrt. Ja, ja. Das wird er nicht davor stehen. Warte mal, Anzahl der Teams 4? Wow. Ist ja auch mal interessant, würde ich sagen. So, jetzt bin ich sicher mit Frizi im Team. Könnte auch interessant werden. Oh, ne. Ich schwör's dir, ey. Und Sportwagen, gell? Ja, Supersportwagen, gell. Supersportwagen, gell. Supersportwagen, ja? Ja. Musst vielleicht den Ego-Sicht machen. Boah. Das wär fies. So. Ich hab auch durchfanden mal. Okay. Vier Teams. Ich bin gespannt, mit wem ich im Team bin. Ja, ich auch. Kann man schon mit losgehen. Ach so. Oh, mit dem Opa zusammen. Das Schlimmste, was passiert. Was haben wir denn für Fahrzeuge, ey? Keine Ahnung. Was sind das für scheiß Fahrzeuge? Attila? Ja. Einfach das hier, ey. Wo muss denn alles von hinten weg? Oh, wow. Team Schwuggele. Oh, ihr hätt's pink haben müssen, eigentlich. Grün. Das wird geil. Pink, was? Team Back Alley, oder was? Alter. Team Schwuggele. Ja, wenn Team Schwuggele gewinnt, dann seid ihr aber am weinen. Ihr könnt euch schön die Mutzel aus der Popperze pulen, ey. Loll? Loll. Die Web, die ist komisch. Ach so, ja, Loll. Was hab ich denn für'n Scheißwagen? Und tschüss, Manus. Scheiße. Laber mal, Alter. WTF? Tschüss. Tschüss. Beste Schwuggele. Fuck you, ey. War denn das jetzt, ey? War denn das jetzt, ey? Ja, easy. Was ist los? Was ist los? Team Schwuggele. Es ging so schnell. Es ging echt ohne Scheiß. Was? Schwuggele. Schwuggele Thema kurz? Nein. Wieso waren wir die schnell? Hitschabing hier wieder, ey. Ja, die sind mit fünf Mann aufm Schrauf, ey. Was? Mit fünf Mann? Ich hab dich weggeschubbt und Randy auch? Ja, da haben wir ja vorher schon zwei da in die Ecke. Ja, ich hab' mir schuld. Ich hab' mir schuld. Okay, also Fakt ist eins. Das müssen wir ändern. Ich seh' nur... Die Chance ist nicht so gut. Oh Mann, ey. Ernsthaft. Naja, wir haben ja erst mal noch zwei Minuten Lade. Ach nee. Das ist schon weiter. Okay, vielleicht hab' ich auch nicht das richtige Auto. Na doch, ich denk' schon. Da hat einer mit dem... Was ist das? McLaren rum? Wie mein Auto hast du mal gar nicht losgefahren. Ja, meinst auch nicht. Wow, da ist eine die... Manus. Attila... Halt deine Kraft noch. Manus! Fuck! Warum, ey? Welcher Spaß die Hand davon hinten, ey. Welche Scheiße! Nein! Ahhhh. Ihr seid wie so ne Tauchscher raus. Mann! Aber Tila, das wird schwer. Das wird echt schwer. Du schaffst das. Ach die Backe, Junge. Nicht so nah, nicht so nah ran. Das wird schwer. Alter, Todesretter hat euch geholt. Er kam auf seinem Rost geritten. Und hat euch von hinten gefasst an die Titten. Ja, klein Mensch. Passt die. Ja. Da kam bestimmt so. Guten Morgen! Ich bin doch totes Retter! Ich kann so nicht arbeiten, ey. Was denn nun? Ich kann nix mehr sehen! Warum? Was kannst du denn da für eine Scheiße? Was denn Stuhlgang läuft scheiße? Ich kann jetzt auch nix dafür. Aber ich mach jetzt schon auf. Oh Mann! Oh Mann! Jetzt muss ich einfach mal hier. LOL! Wow! Oh wie konzentriert ne Ernstmash wieder alle sind. Na hör auf Vatilla! Hör auf Vatilla! Arroila! Oh Gott! War das, ey. Ich hole ihn hier. Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh 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 nein! Der kommt immer von dem... Ey Todes Ritter ist los drin, Leute! Echt jetzt? Ja. Oh, Randy ist auch noch... Randy, du schaffst das, komm! Hitcher ist auch noch da! Hitcher! Oh, der Todes Ritter. Der wird euch alle holen. Mit seiner Sense! Randy, pass auf! Jetzt Hitcher geht doch gegen Todes Ritter, der hat schon ein Problem! Das ist blöd! Nee, dann schalten sie sich doch selber aus! Hitcher, du musst das holen! Hitcher, du bist so mein... Randy, du schaffst das! Lol! Hast du gut gemacht, Hitcher? Komm, Randy, du schaffst das, ey! Du bist besser wie der Opa! Hey, Hitcher, komm! Du hast Geburtstag! Du schaffst das! Nicht vorne einen aus Sachsen! Nicht vorne einen aus Sachsen! Hitcher, komm, hol ihn dir! Hol ihn dir! Ja, warte halt im Kreis hintereinander! Hitcher, jetzt! Du hast ihn! Nicht so weit außen! Hitcher, hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Komm, komm! Ich fahr auf dich! Jetzt! Jetzt hol ihn's den! Hitcher! Hitcher! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Komm, 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 komm! Na, nee, nee! Das ist too low, was das Sachse da zeigt! Los, hol ihn dir! Hol ihn dir! Komm, Hitcher, fahr raus! Hol ihn dir! Was macht der denn? Kann man denn die Kamera so ein bisschen rauszoomen? Ja, ich fand's auch nicht so richtig. Mit der Kamera ist das hier. Kannst du mit V in die Innen haben sich von einem Fahrzeug und dann kannst du mit der Maus hin und hin und her? Loll, Hitcher, lass uns nicht überraschen! Komm! Hitcher, rechts, nimm dir, ist er! Rechts in dir! Rum, 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 rum! Da, jetzt! Go, go, go! Fall da ja, Hitcher, komm los! Wie so'n Hund, ey, fast! Komm, Hitcher! Wo ist das? Wo ist der Knochen? Komm, Hitcher! Hitcher! Wow! Ja, Renny fährt die Zeit runter, Wettel! Kämpf doch einfach wie ein Mann! Ich wusste, der Tod ist in der Ende drinnen bleiben soll! Da hättest du ihn geklärt hier! Und dann hättest du ihn runterhauen können, Hitcher! Der war nicht von der Abkastung! Jetzt! Loll! Naja, okay! Oh, Hitcher! Oh, oh! Oh, oh! Ja, ja, ja! Oh, oh! Komm! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Er ist weg! Er ist hinter dir! Wohl! Ey, Renny seine Karre ist übelst, sie bewegt sich gar nicht, wenn du dagegen hattest, ne? Wie Zeit ist es jetzt? Und was passiert jetzt? Keine Ahnung! Was hat denn das? Wohl! 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 Also wir beide, ja? Da kriegen wir, was ich rauskriegt habe. Okay. Also, nur weil es sozusagen, wer zwei gewonnen hat, ist, äh, na, gehen wir noch halt. Ja. Was ist eigentlich mit Putt und Renni? Wir müssen jetzt aufpassen, Hitchard. Ja, ist die Entscheidung jetzt, ne? Ja, 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 ja. Außer Renni und Putt gewinnen, da müssen wir noch eine. Ja, wir müssen gewinnen. Also fährt's alle mal raus, dass wir alle eins als eins haben. Okay? So willst du also gewinnen, ja? Ja. So. Also das Sumo hier ist mal nicht schlecht. Also mit vier Teams ist schon geil. Ja. Jo. So, jetzt. Nein, 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 nein. Oh, lol. Wenn die fliegt. Wenn die ist rauskriegt. Nein. Nein. Oh, krass. Ey, sorry, wenn die aber das war gerade nicht heftig. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht richtig. Oh, das ist nicht richtig. Ja, 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 ich fahr doch hier nur um die Säule rum. Bleib nah an der Säule. Ich bleib immer nah an der Säule. Nah am Stamm. Ja. Oh, mein Gott, ey. Noll. Leut, du musst den Manus raus. Nein. Das war nicht so, wie ich so ein Geisteskranker bei Mittagsvermögen. Ja, Todesritt habe ich. Nein, 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 nein. Nein. Okay, du musst es lernen. Bin noch da, bin noch da. Hitcha? Oh, wie ist das? Wir sind jetzt einige echt für dir. Ich glaube, du kannst das holen. Das ist ein Ohrner. Los, Hitcha. 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 Hey, der hat mit zu viel Power, ey. Hitcha. Oh, guck mal, wie es sich an die hier lassen an den Solle. Der macht Fad zusammen. Guck mal, der hat es verdient. Los, mach es zusammen, Fad. Ey, guck doch mal, wie die den Hitcha rumschuppen. Was ist das, selbst hier zu halten? Loser, Zeit. Loser, Zeit. Jawohl. Oh, der war nicht schlecht. Was? Immer schön auf Patrick. LOL. 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 Ich hab nur den Sachsen irgendwann vorbeifliegen sehen. Oh. Imana, loja, Lucha. Ich mach mal schön nach dem Schnippie ziehen. Und das war es gewesen für die Runde hier. Oder, warte mal? Ja. Ja, ne? Aber wie viel Punkt haben wir geholt? Immerhin zwölf. Oh, dann bin ich schon wieder zweiter. Dann bin ich schon wieder zweiter, ey. Okay, ciao. So, liebe Leute, das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch der Love-Flash. Und schaut bei den anderen rein. Link, wie immer, in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.